Mit unserem Homepage-Baukasten kannst du dir deine eigene Website ganz einfach und schnell selbst zusammenbauen. Damit du dich dabei nicht verloren fühlst, begleiten wir dich Schritt für Schritt bei der Erstellung. In diesem Video zeigen wir dir den ersten Schritt, die Auswahl eines Website-Templates. Ein Template ist eine Designvorlage, die du mit Inhalten füllen und an deine Anforderungen anpassen kannst. Um ein Template nach deinem oder dem Geschmack deiner Kunden zu finden, kannst du die Templates nach Farbrichtungen oder Branchen filtern. Fährst du mit der Maus über ein Template, erscheinen zwei Buttons. Mit dem Klick auf Vorschau gelangst du zu einer Ansicht, in der du dir das Template in verschiedenen Bildschirmgrößen ansehen und dich bereits durch die Seite klicken kannst. Dadurch weißt du schon, wie deine Website auf einem Handy oder auch auf einem Tablet aussehen würde. Hast du dich für eine Designvorlage entschieden, klicke auf Start. Dein Template wird vorbereitet und ist nun bereit dafür, von dir in deine Website verwandelt zu werden.